los hallo freunde der leichten unterhalt und da sind wir wieder bei ben and at bloody party und mit dabei ist der walvo der ist hallo der banose hallo und der anno moin moin shake your ass und der joker juhu together forever ein schöner start der war vor er war to pass ok und mal lief und das weissgirr ein hammer das ist ja was da warte mal man muss sich schlacken aua so nicht vielleicht muss man sich schlacken das ja ich denke Ja, yay. Ich war drüben. Hast du es geschafft? Ja. Aua. Aber was passiert? Wollen wir mal wieder aufstehen? Was ist los mit dem? Wenn man breite, dann ab in die Suppe. Aua. Warst du da drauf? Man muss da drauf. Ja, ich war auf der... Man muss in die andere Richtung drauf. Ach, in die andere Richtung? Ja. Ach, schau. Ach, shit. Und jetzt? Aber nicht mehr. Nee, jetzt in die andere Richtung da eben. Ach, aber da komme ich nicht drauf. Wird sagen, da kommt es doch gar nicht hoch. Hä? Ach so, also springen. Ja, springen auf jeden Fall. Oh, doch, kommst du wohl. Aua. Wie hat er das jetzt wieder geschafft? Ja. Ich mach mir mal die Tür auf. Ja, passt. Danke. Komm, hier. Mach mir mal die Tür auf. Glücklich. Ach so, nein. Oh Gott. Ich hab mich verloren. Au, au, danke. Der Eklat ist durchgekommen. Der Arno ist durch. Irgendwie. Der Arno ist durch? Wie ist denn das passiert? Der ist mit dem Kopf durch. Aber hier ist nichts aufgegangen. Ach. Ach, da müssen alle drauf, oder was? Alle dürfen sich auslösen. Nee, nee, es müssen Körper auslösen. Da steht Köpfe, nein. Nur Körper. Also voll. Musst du. Ah ja, hier ist die Tür auf. Alle. Man muss echt voll sein, ja. Alle? Alle Körper. Nein. Aber hier geht's ja nicht weiter. Doch, hier ist die Tür auf. Ach, hier die andere Seite. Ach so, okay. So, jetzt müsst du noch eine Tür auf sein. Toll. Ich kann ja gleich schon respawnen hier, ey. Ich krabbel mal. Da wird die Tür zerschlossen. Oh. Aua. Au. Oh, scheiße. Ach so, scheiße. Da sind ein paar Minen, würde ich sagen. Oh, ich hab mir das jetzt ins Kopf. Oh, super. Haha. Au, au. Ich bin ein Crash-Test-Dummy-Jug. Ich bin ein Wurm. Ich bin ein Wurm. Juhu. Ich bin ein Wurm, holt mich hier raus. Ah no. Da, die Tür ist auf. Die Tür ist auf. Aua. Ich külse mal hin. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du meine Külse. Ich war Arsch. Ey warte mal, oberhalb ist hier eine Plattform. Ja, ja zum Fahren. Ja warte mal, ich glaube ich weiß, wo man da hin kommt. Ja ich auch. Du musst halt, du musst halt. Nein, nein, zurück. Geht gar nicht mehr. Du musst die, du musst die blockieren. Ach so. Warte. Ja mit der Plattform. Ja. Oh Gott. Okay, weiter. Ja bitte, 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 bitte. Ähm warte, warte. Ähm Joker magst du auch noch oder? Ne, ne macht ihr mal, macht ihr mal da. Rot. Dann grün. Ja. Boah war knapp. Dann geht's weiter. Ja. Grün. Mehr sehe ich nicht. Oh ich habe mein zweitletztes Bein verloren. Jetzt nur geradeaus. Geradeaus. Hey, hey, ich krabbel. Das ist ja nice. Ja. Ja und jetzt? Ja und wir? Wir dürfen nicht. Jetzt wieder zurück. Ach so, da hinten geht's auch. Alter, warte mal. Viel Spaß. Ja, ich schaffe es. Aber doch nicht. Joker. Wo ist der Spawnfreund? Brauch dich hier. Hallo. Oder? Oder waren wir da schon? Hallo? Au. Jolo. Jolo. Au. Ne, da waren wir doch gerade. Wir müssen doch da rüber, oder? Wir müssen hier rüber. Ich bin schon da tot. Ich spreche ins Essen. Ich spreche ins Essen. Ach. Bomben. Aua. Ja, die Bomben kenne ich. Ui. 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 Ne, was da rüber, da, wo ich bin. Oder Jockel. Da hinten ist wieder was. Da ist nämlich noch eine Plattform. Hier ist ein Knopf drin. Könnt ihr nicht einfach oben links laufen bis zum Rand und diese Tür aktivieren? Aber hier muss man auch wieder vollends sein. Hat gerecht. Ich war mal vollends. Ne. Aber die Tür ist noch nicht auf. Hat noch nicht rein. Richtig? Ne. Die Tür ist zu. Wenn jetzt einer ist vollends, kommt doch nicht durch. Innen ist noch eine Tür, wenn du den Gang da durchgehst. Hier ist auch noch zu. Die auch zu? Also müssen wir wirklich da. Ja, aber da brauchen wir noch. Da muss noch einer runterkommen. Ach, hier ist die Tür jetzt auf. Was? Hier, hinter. Um den Knopf zu drücken. 3, 2, 1. Bevor ich... Hier, 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 hier. Hier ist ein roter Knopf direkt vor der roten Tür. Hey, hör auf hier rum zu kicken. Egal. Hey, komm. Kopfball. Hey, guck mal nicht, ein Schuh. Das ist meiner. Hier, siehst du nicht, dass mein Fuß fehlt. 3, 2, 1. Komm, hier. ja warte, ach schau, da geht nicht, ich nehme meinen Kopf als Huth, ja hier können wir weiter, hier haben wir ja, wie es aussieht, ist dahinten, achso, hier der rote Knopf, genau, ja, ja, Goal, dahinten ist das Goal, ich glaube wir schaffen es, hä, au, sauber, boah, in der letzten Sekunde, krass, alter, das war mal richtig knapp, achso, achso, erste, vier, fünf, sechs, sieben, okay, davor, ey, war so, was kommt das nächstes, burn, 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 the ring of fire, oh Gott, sieht schon mal geil aus, oh Gott, sieht das scheiße aus, schön, das sieht sehr einladend aus, ach du scheiße, oh je brennen brennen oder rennen ich brenne oh, dat war heiß, oh, wat dat heiß war, da ist der Checkpoint schnell ich bin der, ich bin die brennen, die lebende Fackel, lebende Fackel-Eiser ich bin zu fern oh, boah boah, alter, du musst mal in den Ventilator fallen oh, boah, boah, boah okay ich bin daneben, okay ja doch schon no, tu he heiß au hihihihi ernsthaft, boah, wie sagt ihr denn da rüber, ey da ist doch nochmal rüber bin ich der erste hier? ja, du brennst oh ja Ando ist mal der erste kommt vor was ist denn da los? boah ich bin verreckt das kenne ich schon eh, von Ando hier, wo ist wohl eingegangen aufgegangen ich komm Hallo Checkpoint aah hu aah heiß hi, au heiß au hallo, Hallo hallo oh shit ach nö ach nö oh ist doch knusprig warm hier Aua Aua da kommt n einer von oben rum nein tschüss ach nö so, warum renne ich denn jetzt ey geh nochmal hui katschi mal hoi nö 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 ewig lang aushaltet scheiße da gehen die leben drauf immer noch nun danke ich verstehe nicht nochmal ach komm no one cares das darf keine tierschutzorganisation sehen und noch zum dritten mal jawohl das ist einfach schmeiß stühle schmeiß wenn du da im flugloch getroffen wirst dann sieht es richtig geil aus vor dem letzten leben eh halt Telefon ich bin gleich wieder da muss man eben Telefon und dann schlägt der dr 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 ihr habt es alle geschafft Falgel Falgel Brendel Brandee Brandee Marsch wow Juh is out 3 0 9 3 0 3 19 3 29 burn 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 teil 2 das war nur für die anfänger ich weiß nicht ist der anno wieder da so da sind wir wieder kurzen cut gemacht weiter geht's mit valvo banaus und anu bei benedet ich würde mal mehr leben einsteigen machen bei was ich würde mal mehr leben machen okay aber ziemlich null das machen mal 25 wir haben sie sich gerade mal angetestet schwierig ja bis zum bestimmten punkt theoretisch es ist ratsam kurz vor dem checkpoint wenn man nicht mehr weiter kommt den kopf einfach laufen einfach laufen auch wenn du brenn musst du durchlaufen ich schaff's nicht also kurz vorher kannst du den kopf schmeißen geht sich aber auch so aus du musst halt immer wieder laufen und sobald die ausdauer wieder aufgefüllt ist halt wieder weiter jetzt war überhaupt jemals aus Nö. Nein. Ach shit. Nein, 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 nein. Na, diese blöde Bombe, ey. Es ist so fies, ne, dass man die dann manchmal auch gar nicht schätzt. Ich war nur noch mit dem Kopf unterwegs und war eigentlich nicht auf der anderen Seite. Wie man so langsam verbrennt. Da müssen wir mal einen Speedrun machen. Nein! Oh, come on. Ich spawn die Bomben etwa auch, oder was? Ja. Nein, komm du Chancen! Ach komm! Elenige Sumpfkuh. Ja, genau. Ah, komm. Ja, ey, ernsthaft, du blödes Sackgesicht. Ach, verreck doch. Ey, wie kann man den, den, der Scheiß-Teil da treffen? Ja, wer jetzt schon gesagt haben, für dich gekommen. Im Gesicht. Oh, Mann, ey, der lau... Der schmeidet mein Kopf und der verliebt. Das war eine gute Idee mit dem Meerleben. Ja, ich hätte jetzt auch schon Ende. Oh, Bumbe. Oh, Bumbe. Oh, Bumbe. Oh, Bumbe. Das ist ja ein lustiges Level. Ich schaff das nicht. Burn, Baby, burn! Du musst deine Kopf schmeißen. Nein! So, hab ich's geschafft, Anno. Kann der Kopf und endlich lange brennen? Nee. Okay, dann kann ich ja gleich spawnen. Ah! Ficke! Nein! Nicht der ganze... Nein! Oh, ich seh gar nichts durch die ganzen Flammen. Oh, fick dich. Oh, du gehst mir diese Häme auf in den Sack hier, ey. Oua! Ach so, okay. Nein! Oh, Gott. Nein! Scheiß. Und wieder nicht gepackt. Okay. Nein! Zu kurz! Scheiße! Was ist jetzt los? Och, das zählt schon wieder. Ist das schon der Counter, oder was? Ja. Ja. Ist das blöd, ey. Och, ficken. Also ins Ziel zu kommen ist ja echt wahr. Nein! Ach, Wasser, wieso? Hier noch. Nice. Ja, okay. Wann aus ist es? Ja? Ja, passt super. Kleiner Tippjoker, wenn du links an den Hämmern durch die Gestänge springst, hast du mehr Zeit. Okay. Okay. Hämmer gibt's auch noch? Mann! Okay. Ach! Scheiße! Nein! Och, bitte! Ich war doch zwei Sekunden... Nein! Boah! Alter, okay. Du warst aber auch quasi durch, oder? Ich war nur oben angekommen. Nee, ähm, Joker war fast durch, oder? Ne, okay, der... Genauso meint der noch irgendwie, dass ich da mehr Zeit gehabt hätte. Ja, wenn du links durch das Gestänge gesprungen wärst. Wenn die zurückkommen. Dann hast du ein bisschen mehr Zeit. Okay. Aber einer hat's geschafft. Ja. Das ist doch nächstes. Lasertunnel? Okay. 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 Gut. Ja? Ja. Ja. Alles gut. Lasertunnel! Lasertunnel! Einmal durchrennen. Fertig. Oh mein Gott. Die Lasershow beginnt. Ja, schön! Oh. Ich bin noch ein Wurm. Alles im grünen Bereich. Okay. Okay, jetzt nicht mehr. Neckt's gerade? Ja. Standbild? Echt schon wieder? Ja, ja, ja. Oh ja, jetzt fängt gerade an, ja. Ich hab Standbild. Warte. Warte. Wenn ich respawne, geht's dann? Ja. Das ist total behindert. Ah, jetzt war ich schon so weit. Neck! Hier kommt lieber! Au! Au! Ah, ich hab's geklappt. Was lebt denn noch von mir? Au! Mein Kopf! Me, 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 me. Checkpoint. Wo muss denn da hin? Typische Wochenendsätze. Was lebt denn noch von mir? Aua! Oh, Mann, oh! Au! Aua! Also mit Körper ist ja noch schwerer. Okay. Da rein, kein Plan. Wo muss denn danach hin? Da! Hä? Ich bin armlos. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist halt wie eine Plattform. Du musst um die Ecke springen. Da ist doch eine wie eine Plattform. Hä? So. Oh, toll. Haha, lol. Okay, alles klar. Ach, Mann. Ich fühl mich halt so kopflos. Mann, und der fällt mal immer runter. Das ist doch alles nicht mehr. Doch alles ist nicht mehr normal hier. Das ist alles nicht mehr normal hier. Das ist alles nur in meinem Kopf! Genau! Wie soll das denn gehen? Och, nö, ey. Da will ich mal. Aua! Kann man so... Kann man so... Kann man so... Im Springen kann man nicht? Nein! Im Leben? Wie willst du das denn machen? Ohne... Aua! Aua! Ich werfe einfach mal in meinen Kopf. Und schau wie weit der kommt. Tritt den mal runter hier. Aua! Die Laser schubsen ein, kann das sein? Oh, ich hab nur ne Hälfte! Sauber! Nein! Och! Oh mein Spruch! Nein! Nein! Ach, Glückert! Ich bin noch eine Hälfte! Jawohl! Wieso? Nein! Wieso denn? Wieso? Nein! Sorry, Arno! Au! Au! Oh! Ja, ich bin durch! Checkpoint! Nein! Ich kann mich nur bewegen, ach komm! Nein! Ich hab zwei Hände geblieben, ich werd diese! Nein! Ist der Vorteil, wenn man keine Beine mehr hat? Ach! Oh, schnell! Wann doch nicht! Komm gut beim Hochsprung! Ach, Gott! Da stören die Auge mal so! Ach, Mann! Wer baut denn so was mit den Lasern hier? Ist doch... Oh, ist das gemein! Ist das nicht gemein! Oh, das geht gleich so weiter hier hinten, oder? Nein! Ja! Wieso? Kann ich mich denn nicht mehr bewegen? Au! Ich hab doch noch nen Kopf! Mein Kopf war... Laser, Laser! Aua! Da ist noch ein Laser! Au! Ah! Oh nein! Bein ab! Nein! Scheiß auf dein Bein! Spring! Ach komm! Scheiß auf das Bein! Hahaha! Alter! Ja, ich hab nur noch drei Leben! Ich weiß, brauchst du nicht... Wann brauchst du denn jetzt hier hin, ey? Oh Gott! Bring mal in Bann nach Hause! Ach scheiße! Das muss man... Dein anderer machen! Huh! Spring, Mann! Nein! Ach, Beine, Sache! Fuß! Mir doch egal! Nein! Ach komm! Da kommt der Laser grad runter! Die dumme Sau! Das dumme Stück! Muss man runter oder hoch? Nein! Nein! So, Last Life! Ich... Okay, er hat sie erledigt! Höh... Mann! Hör auf damit! Hör auf damit! Hör auf damit! Nein! 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 Hör auf damit! Du hast da so ein Bein verloren! Hör auf damit! Hör auf damit! Ich hab' mal an verloren! Wann das denn jetzt schon wieder? Was muss man da machen? Jockeln? Kopf rein? Ähm... Ne... Ne... Also... An dieser Maschine hekt es aber... Ja, nicht einfach in den nächsten Raum! Und jetzt hier nach oben! Aber hier gibt's leider Bomben! Ja! Hör auf damit! Hör auf damit! Hör auf damit! Also hier einfach weiter? Ne, oder? Ne, warte! Ja! Kann ich natürlich versuchen da auch weiter, weil ich versuche gerade hochzukommen! Okay... Oh, leider gibt's hier überall Bomben! Äh... Okay! Nein! Nicht runterfallen! Oh, ich hab' noch ne Bomben! Schein... Alter! Ja! Mieser Wichser, ey! Mieser Wichser, ey! Mieser Wichser, ey! Komm her! Ach, ne Bombe, oder wat? Na ja, ne Bombe, das ist ein Problem! Wie kann man denn... Wie kommt man denn da vorbei, sag mal! Also hier oben schmeiß ich zum Beispiel mal den Kopf um... Mal einigen Bomben aus dem Weg zu sehen! Ah... Pfff... Ah! Du Sack! Du blödes Arschgesicht, ey! Okay! Okay, lass den Scheiß mal! Wir wollen das doch irgendwie schaffen, oder? Wolltest du das... Da ist er runtergefallen! Ja! Oh, 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 oh! Haha! Okay, Joke hat's geschafft! Also... Musste ich doch! Na ja, weitermachen! Tschö! Da wenigstens ist die Bombe jetzt weg! Ich bring euch alle um! Zu spät, wir sind schon alle tot! Ja, ich weiß! Dass ich mein Zweiter bin! Auch wenn ihr alle unsichtbar seid! Ja, super! Ich brauch da zwei um... Nee, du kannst doch woanders holen! Kannst doch hier überall! Bombe! Ja, da... Von der Plattform jetzt... Und da hab ich dann halt... Dann darüber rechts... Bekommen wie die nächste... Nee, guck mal nach rechts! Ja! Und da wo die Bomben sind... Dahinter... Ist ja dann da so um die Ecke... Also da hab ich meinen Kopf hingespüßen und hab mich dann bis nach oben... Guck! Mh... 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 Genau! Nee! Nee! Ihr Wichser! Ich glaub da kommst du ohne Kopf nicht hoch, oder? Also ohne Körper meine ich... Doch, eigentlich schon! Nee, wegen Werfen! Ähm, wir wollen jetzt an die Bomben vorbeizukommen! Oh Gott, wiederholen! Du kannst doch heute an den... An den Körperblatt ran, ne? Mit dem Kopf, glaub ich! Naja... Echt? Okay... Mh... Erster Gang! Erster Kopfgang! Ja... Ihr seid so miese, fiese Dreckssäcke, ey! Deswegen liebst du uns doch so sehr! Haben mich verlaufen! Der Kopf hat grad eine Ocke gegessen! Achso! Mh... 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 Und jetzt der Stuhl! Das wär das! Mh... 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 Aua! Da war... Aua! Habts der mich runtergecooled? Nee, ich glaub nich! Glaub nich, aber wir können's auch nicht kontrollieren! Mh... Ja, oder bin ich selber auch mal, auch nicht schlecht. Da kriege ich die Motten. So, warte. 50, 56, 55, gar keinen Druck aufbauen. 54, 53. Hä? Was ist das denn? Willst du den Kopf in die Kanone packen, oder was? Ja, oder da gegen die Scheibe. Kann natürlich auch möglich sein, dass das irgendwie geht. Offensichtlich nicht. Kannst du an dem Ding vielleicht eh drücken, oder so? Naja, wollte ich gerade versuchen. Weil ich immer muss, das ja einen Sinn haben, das Ding. Ah! Ja, ich glaube, das ist Koop. Einer schießt, einer ist drin, oder? Du schießt einfach, oder versuchst nur auf die zu schießen, die da einer oben hin. Ich habe ein Zielfernrohr. Aber ich kann... Hä? Wenn ich da hin und her befieße. Was ist das denn? Er ist mal rausgestuhlt. Was? Nichts, das ist verbrannt. Okay. Einer hat es ja geschafft, immerhin. Yay, jocke. Gut. Jocke, jocke. Diese Folge. Vielen Dank an euch, Boys. 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 In der Hood. Bei Ben und Ed. Schreibt es in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat. Daumen hoch. Oder Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat. Die Leute hier, meine Boys sind verlinkt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.